Wir stellen fest, der Halenzer ist heute an diesem herrlichen Wahlsonntag sehr zurückhaltend hier vorne. Keine Sau vor der Bühne. Die Einzige, die sich traut, ranzukommen, ist eine weit angereiste. Aber das hat auch Prinzip, das ist nämlich Katja, die hat sich letztens bei uns beschwert, dass es immer vor der Bühne zu eng ist. Da haben wir gesagt, heute in Halle für Katja, wir sperren alles ab. Du kannst hier vorne vollkommen alleine. Aber jetzt hat sie das schon ein Song genossen. Wir haben übrigens heute noch eine große Aktion. Wer von euch kennt uns eigentlich? Feiern wir uns, wer hat uns schon mal gesehen? Kurtes Handzeichen. Wer sieht uns heute zum ersten Mal? Wer ist sich nicht ganz sicher? Okay, und zwar wir haben im 21. Jahr unseres Bestehens unseren künstlerischen Zenit erreicht. Die meisten denken jetzt, was an die Goldene Scheibenplatte? Nein, was viel besser ist, wir haben jetzt eine Wurst mit unserem Gesicht drauf. Das ist der künstlerische Zenit. Und wir haben davon viereinhalb Tonnen hinter der Bühne. Die müssen weg. Das heißt, die werden wir heute noch im Laufe des Nachmittags verteilen. Wer möchte sich jetzt schon mal mit Handzeichen anmelden? Wer möchte das haben? Es kostet nichts. Die Wurst, Baby. Genau. Allerdings muss man sagen, ganz umsonst ist es nicht. Wer eine Wurst bekommt, verpflichtet sich auf dem rückseitig aufgedruckten Etikett zum Kauf von drei CDs von uns. Genau, deswegen ist der Platte auch abgesperrt. Wer also die Wurst isst, der muss dann natürlich beim Verlassen des Geländes die drei CDs vorweisen können. Ansonsten... Vorzugspreis von sechs CDs. Genau, bleibt ihr hier. Das alles heute im Laufe des Nachmittags. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen Stimmung reinbekommen. Für diejenigen, die sich doch ein bisschen bewegen wollen, schwingt die Hüfte. Das gibt es nicht.